So, hallo Leute, ein Neufall, gell? Mafia 2 Wir müssen das Auto hier Verkaufen, oder zum Verkauf bringen Wir müssen wirklich wegspringen Stellen den Wagen auf die Kranladebühne, um ihn an Deck zu verkaufen Ja, sehr gut Kann man das ja nicht immer machen 1.150 Aber geil Was ist mit dem Audit, dass Joey mitgenommen hat? Äh, Joe mitgenommen, nicht Joey Boah, warum sag ich immer Joey? Boah, meine Fresse Kann ich das jetzt auch verkaufen? Das hätte was Mano Jetzt warte ich aber kurz, bis es runterfährt Komm, jetzt kommt es dann gleich wieder Zurück, bis ich ein neues Auto draufstellen kann Anscheinend Doch, Moment Aber wahrscheinlich nicht während der Mission, weil ich bin ja gerade auch während der Mission Wenn überhaupt nach der Mission Falls es möglich ist Oder? Das interessiert mich jetzt aber Die ist zu billig für den Export Also ich muss schon immer mit guten Wagen kommen, oder wie? Und Kiste Der Buff Das wird voll drüber schanzen So, jetzt müssen wir mal zu Eddie, der ist da oben Aha, sehr gut Komm einfach ja gerade aus dich Ha, so Schild weg So Swift Cola gerade schon wieder Davon ist es Subway Also nicht der Subway da an, wo man die Sandwiches bekommt, sondern Wenn ich selbst dann Weisen sie denn Oder doch Ach, kein Plan Auf jeden Fall, äh, hier Äh, Subway im Sinne von Hier, äh Ach, wer ist denn Ach, wer ist denn Was ist denn nochmal? Ist das wohl U-Bahn oder Straßenbahn? Ich glaube das ist Straßenbahn, oder? Ich glaube das ist Straßenbahn, gell? Nein, boah Das ist doch Ja, links ist auch schon Das Teil, wo ich 2.000 Dollar Abgeben soll Gib Eddie, Melterson Völken Sein Geld Das ist doch So Und? Hier, das Geld. Da bin ich aber erleichtert, diese verdammten Halbstarten. Jetzt wissen sie, wie der Hase läuft. Gute Arbeit, Jungs. Euer Anteil. Danke, Eddie. Brauchst du uns noch oder warst das für heute? Ich hätte da noch was zu erledigen. Geht ruhig, heute liegt nichts mehr an. Ich melde mich, wenn ich euch brauche. So, jetzt gehe ich nach Hause, muss ich nach Hause gehen? Wir sehen uns bald wieder, ja? Kann das sein, dass ich ab jetzt nicht mehr weiß, wo es weitergeht? Obwohl, im Moment, nee. Oder? Nee, doch. Ich hatte schon mal, doch, doch. Ich habe noch weiter gespielt gehabt, ein bisschen, ja. Aber ich weiß, dass ich hier aufgehört hatte, bei einer Mission, die hier endet. Oder bei einer Mission, die hier anfängt, oder was weiß ich. Oh, komm, hier rüber. Hier, komm. Ah, guck mal, Swift Cola wieder gerade. Das fällt mir gerade jetzt jetzt auf, irgendwie. Jetzt sehe ich es überall, Swift Cola. Erst muss ich die Büsche fahren. Uhaha. Also, ich habe Büsche im Auto. Scheiße. Jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Doch, gut. So, komm. Speed 40 Limit. Speed Limit 40. Das weiß ich nicht, waschend so. Nein, boah, nochmal. Guck mal. Drago. Hier sind die Tankstellen, die erinnern an die Mission von was weiß ich wann. Weil ich jetzt einen Tankmagen verkaufen musste. Ah, so. Ah. Und. Jip. Das so. Alter, haben wir da nicht beide. Ich hoffe, wir sind bei der Polizei. Kann mir ja leider nicht, wie in GTA 4 zum Beispiel. So, kann man direkt oben mal reingehen. Da habe ich hier das zweite der Magazine nicht gefunden. Und das erste, ja auch nicht. Äh, das dritte der Magazine nicht gefunden, die es hier gibt. Ja, in dem Kapitel. Die heißt die Zeitschrift, ja, ihr wisst schon. Ja, mal mit dem ersten Stock. Ja, ganz oben. Äh. Ähm, hier. Gut. Ja, kann man irgendwie anrufen. Aha. Ach, jetzt liegt es da. Ja, das muss ich auf jeden Fall rausschneiden. So. Weil es gibt ja manche, die vielleicht auch nicht rausschneiden muss, aber das ist ja auf jeden Fall. Das sieht man auf jeden Fall zu viel, muss ich auch mal sagen. Warte mal, ist da noch Essen vom Vormieter? Aha. Aha. Erstmal so ein Schlafen legen. Ich bin doch, es heißt, geh nach Hause und ich bin schon zu Hause. Das ist Brock & Ricky Fox. Aha. Gut, dann schläge ich mir jetzt schlafen und dann ist es auch am Ende für die Aufnahme hier. Dann bedanke ich mich für das Anschauen und, obwohl, Moment, ich weiß nicht, ob das Kapitel aufhört. Dann danke, wir sind dran und bis zum nächsten Mal. Wir werden nicht vergessen. Tschüss. Tschüss.